das ist aber ganz gut ich wusste mal L13 wo es dann die wirklich Gruber und das ganze Zeugs gehabt das war naja diese diese hat Unreälen da wo sie einfach die Böse geordert wurden die waren einfach riesig komm schon noch so so aufräumen hier und dann komme ich auch mit aber dieser wird bestimmt dauern oder wie viel Prozent das im Anhänger kann noch ein bisschen dauern bis wir dann mal 12 haben oder sowas ich habe jetzt schon 12 ja natürlich noch mal Traktorsauermachen immer noch nicht schlecht weil der andere Richtung waren damit man nicht die ganz umkehren müssen ja weil die richtung da Stoßchen Motto hier für sie aus der Geltung nur größten Schülze ganz leichtes fliegt das noch quer übernehmen sie sind ja das dreht sich überlegen wo ich zingelte hat gemacht hat ich schluss so leichter als zu holen wollte ich da quer in das Feld Wie viel Prozent hast du jetzt? 20 Geht dir mal vorn an du Naja, das kann ja mal blauen Kann ja mal gucken, ein Häcksler-Großau kostet glaube ich halbe Million Oh ja, 415.000 Ich glaube der Mod wird auch angebracht mit den fünf Reihen da Ja, ne? Macht ihn nicht Kannst du ihn nicht mehr einstellen? Doch, aber bleibt man schon einfach ein bisschen Schaden Ja Wollte ich drehe mal hier eben Ich wollte dich eigentlich eben drehen Dann nimmt er jetzt hier die Längseide, die ist doch länger Du könnt doch länger fahren Hä? Machen wir eine Straße immer so lang Achso, nein Gott, ja, wir haben mit Ich sag's euch, wenn hier zwei Anhänger sind, das wird nicht schneller gehen Das ist am Ding hier Kann sich wieder entscheiden Mach mal, das ist so Ich würde wahrscheinlich dem anderen Hänger überleiten kurz Willst vielleicht du mal hier das machen, weil bei mir leckten Das kann ich auch machen, kannst Anhänger fahren oder so Ist mir egal Kann ich auch Einfach nur Anhänger, dann mach ich das eben Na, mir ist es wurs Gut, dann ist ich natürlich am besten Nehm ich den Kruber wieder Da reicht er ja auch zu, wenn er das macht Ja, ein Prozent kann ich auch abladen, ne Er gibt sich ja überhaupt ein Haufen, wo sie so tun Ja, mal sein Für dieses Hand Oh, ganz schön Ziele ist sogar ein Prozent gefüllt 25 Ich war mit Schellen die Schilder weil wir haben ihn speichert man und Stülzen übernommen ist neulich wird er auch geholfen ist waschenbohrung jetzt eher so saumachen mal sehen ob der ohne Gewicht klarkommt ich glaube du kannst auch mein Gewicht haben weil ich habe jetzt dann ein Anhänger dran da machen ob es geht die alten Traktoren sind aber es ist nicht alles schon mal das war schon wieder so neu ist um das ist wie Minecraft und so ist durch die Reihe Reising World und so ist auch ganz cool ich glaube von dem habe ich schon gehört so ein bisschen schönere Grafik und so ja, Sarata macht da gerade ein paar Folgen von ich mag Sarata irgendwie nicht Ronka auch nicht irgendwie die ganzen Mainstream-Youtuber das ist nichts für mich naja, Geschmackssache außer englische Mainstream-Youtuber, das ist gut dass es da einfach so richtig verrückt gibt wo einfach, keine Ahnung, Kackenscheiß macht hier zum Beispiel kennt ihr How to Basic, oder? hier dieser, auf Facebook da, dieser Ben Phillips oder wie der heißt der immer mit den Leuten, da solche Pranks macht da naja, das auch das gibt's bei uns jetzt irgendwie nicht so stark wie dort ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich schön hochdeutsch rede das bringt mich manchmal ein bisschen draus, weil unsere Sprache es gibt einfach manche Worte, wo ihr gar nicht verstehen würdet naja, aber ist der immer bestimmt gegen bei euch oder bei uns genauso zum Beispiel Blacker keine Ahnung, wo es ist ah ja einen ja da denkst du dir einfach was das Wort Blacker kommt von Lehrer da habe ich auch keine Ahnung, wo das kommt, aber schief oder Helfer wieder, Schönträger von Paulusselechner eigentlich eine eigene Sprache in E-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D aber jetzt uns Radlberger keine Ahnung bei uns ist es halt ist es halt eben so, dass du keine Ahnung, wenn du jetzt Radlberger ist halt eben ziemlich länglich und so und du verstehst zum Beispiel bei uns jetzt nicht das, was die in den Tellern da von sich geben ja das ist bei uns genauso wie ich mit Fränkisch oder im tiefsten Sachsen bei uns ist das keine Ahnung, eine Stunde weg oder so und du verstehst sie fast nicht mehr das ist richtig schlimm bei uns aber ja, irgendwie ist das auch cool weil jeder hat sein eigenes Zeug so wie man halt sagt wir haben auch keine Ahnung, zum Beispiel wir sagen nicht das Auto sondern einfach nur S-Auto also S-Auto der Traktor oder sowas halt einfach so richtig Abkürzung meine deutsche Lehrerin sagt immer, dass das irgendwie gescheit ist weil wir machen Abkürzung und darum sind wir beide entwickelt ich glaube nicht, dass das stimmt ja, das ist alles Gewöhnungssache naja, das ist alles Gewöhnungssache jetzt kam jetzt von Krone eine neue Häcksler raus Du hast ja und das ist die in Echt und das wär eigentlich auch cool, das ist gleich so ne riesenteil wie die Big X 1000, 100 aber auch größer als das Teil was wir jetzt haben 6 mit Traktoren und so in echt Na nö hab ich's bloß bei Facebook gelesen gehabt weil da ein lustiges Werbevideo war aber ich hab dich ja überhaupt gefunden auf YouTube weil du den LS13 Mod da den Forst Mod gespielt hast ja das hat mir wirklich richtig gut gefallen naja da kam auch gleich einige Klicks zusammen dann ja auch schon aus dem Neugucken viele ich dachte immer wie viel Arbeit du einfach hast um die ganzen Baustämme halt die Baumstämme da alle irgendwie in eine Reihe zu bringen und alle auf einem das muss ja so viel Arbeit sein ja war's auch wie gesagt naja genau und dann aber auch die scheiß Bugs die es da gab und so weiter weil alles nur ausgereift war und dann hast du das Spiel geladen flog die Hälfte Holz wieder durch die Gegend also gab schon Momente wo der Mann auch ich hab's bei Forstmann schon aufgeregt ja oh glaubst du nicht recht voll noch 3% joo was mir gerade einfällt wo ich Arbeitsgang sporen können und da wir jetzt auch die Wechseln die direkt so also wo wir kommen und stehen lassen verkaufen man muss nicht weil ich bitte auch gleich verkauft nur sie lange also da wo die beiden stehen daneben Da ist schon ein ganz schöner Fleck und da tust du es mal drauf. Ja, da kann man Gras, das ist die Lage immer. Ich stürze mal nicht. Nee, ganz weit ist drauf an. Ah stimmt schon, das war eigentlich die nächste Amtshandlung. Amtshandlung. Und zwar Heu machen, um das mal dann Heuballen kriegen. Weil es da haben wir dann eine volle Futter-Misch-Ration. Ich bin eigentlich für die Kühe und so viel Geld. Na für die Milchstern, ne? Also es ist dann immer wie schon pro Tag, wir sind um 6 Uhr und am 6 Uhr kommt das Milch. Wenn es jetzt nicht gekommen ist, ist das Rohr nochmal im Kreis gedreht. Das dreht sich nach Himmel im Kreis. Das nicht mehr. Also es ist das, was ein PS-Post der für diese Mähwerke. Ja, bei den deutschen Ausprobungen, das hintere geht noch, oder wenn das vordere drüber schafft. Ich bin mir noch nicht mehr. Hm. 1970 sind 160. Schaut, wie wird der Deutz. Okay, es könnte ich was glaube ich noch packen. Nee. Hm, hm. Ich habe ja alle drei Mehlwerke, also ich habe das Frontmehlwerk, das weidseitige Heckmehlwerk und das einseitige Heckmehlwerk. Dann probiere ich mal, ob ich jetzt an den Deutz das einseitige Heckmehlwerk und das Frontmehlwerk rein kriege. Hier bei der Modtube Seite, da gibt es ja auch schon wieder so ein neues, das hat glaube ich weniger PS, weiß ich aber nicht, also brauchst du weniger Leistung. Naja, das ist schon irgendwo realistisch. Boah, hier wird schon kein Bock mehr mit diesem Kleidding rumzumachen, ey. Können wir auch noch ein paar Mal fahren. Ne, macht ja nicht nur einen Hänger oder so und dann... Jetzt haben wir eins, zwei, drei, vier. Jetzt sind wir schon bei der fünften Spur dran. Schon ein bisschen traurig. Wenn wir noch das machen, haben wir doch noch nicht, was auch ein ... Also bestimmt nicht mehr ein ... Siebte vom Feld. Kleinstieg schon. Das ist jetzt ... Die Spur, wir machen gerade die sechste, das quadrat als da so breit wie das Mehlwerk von Big X. Also dass sie wieder von Big X einreihen. Du kannst halt die ganze Zeit nur genau 3 von den Stängeln abmachen Und das ist ziemlich wenig Wie schafft die Big X Club 20? So jetzt gucken wir mal Ob der WDM-Werker anwagen kann Halte das Zeug eigentlich lange da auf den Feldern Bevor das Dort dort Nö, brauchst du etwas mehr in Schwaden, dann kannst du einsammeln Also für die Wörterheißen Ballen sollt man auch so muss das nicht jedes Mal Schwaden also das was umdreht, dass du das wickeln kannst du oder Also Nee, ich meine 2.0 Meisten so Redet die Jean von dem Achso, du meinst das dann auf der Silage dann Nee, 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 nee Das braucht halt so eine Zeit bis das dann halt Die Felder laufen ja ab Äh, werden sie ja so grau und du kannst sie nicht mehr ab Achso Nee, das hab ich ausgeschaltet Achso schon So, schauen wir mal ob wir irgendwo Grasfelder haben Und dann Ja, ja Ja, ja Und dann tue ich mir mal so ein Pass auf, das wir machen bei ja Kuweide, wenn es fertig ist Nein Nein Hunter Cup oder Kuweide drin kannst du auch mehr ein Nürnstedt den Schützer um das Söpfer weiter mit dem im Wald M13 aus der Ehe hier wo er wird drauf für Hexen nur genauer Kostmann so der Wagen schützt schon mit zu tun 80% voll. Hm, da überleg ich gerade, wie wir dann irgendwie mal anders weitermachen werden. Kredit? Entweder... Und dann... Hm, da... Hm, da... Hm, dass wir uns, als ich, die kleine BGA kaufen. Ich komm doch nicht mit, mit den ganzen Trempförtern da. Dass wir uns eine kleine Biogasanlage kaufen. Aha, die Schranke geht erst oft von dem Waldgebiet, wenn ihr den Pach bezahlt lasst, ne? Ja, also... Ich wollte gerade abkürzunehmen. Durch das Waldgebiet. Ja, kannst du vergessen. Okay, vielleicht Nerve geht. Aber... gut gemacht ist. Tschüss. Nein, nein, ich glaub. Dann haben die auch den Zaun drum gezogen. Boah, wenn sie jetzt die Tannen so richtig real mit Tieren und alles machen, und du selber Maschentratzone rummachen musst, würde ich unbedingt ein machen, weil die Rehe, die knabbern die Tanne auch an. Ja, da los. Aber wie gesagt, da wird da eigentlich auch noch einiges kommen. Guck mal, du kannst jetzt schon platzierbare Tieren so kaufen, so platzierbare Elch, platzierbare Reh, und was... Ne, die stehen da nur rum. Also, die bewegen sich schon, ne, oder? Mit schlechter, sehr, sehr schlechter Text. Hm, das ist ja auch... Keine Herausforderung, zum das machen. Ist das Team jetzt einfach nur so klein, dass sie das nicht schaffen, zum das schnell mal hängen zu kriegen, oder wie? Na ja, aber ich denke mal, die ganzen Animationen von dem... Guck mal, die haben ja bislang für die Kühe und so weiter da gebraucht gehabt. Ja, aber es gibt Leute, die... Sagen wir so, zum Beispiel so Animationen für Waffen oder so, kenn ich halt so einen Youtube Channel. Weil der macht in, keine Ahnung, drei, vier Stunden, macht der einfach eine Animation, die du denkst, dass das einfach richtig gut aussieht. Besser wie Battlefield oder so, und die ganzen Spiele. Und wenn man das kann, dann kann man auch Kühe. Wenn das so kann. Wenn das so kann. Na ja. Na, da musst du halt immer fragen, der von Battlefield auf Landwirtschaft schon gut aufgehen geht. Ja. Also EA, also von Battlefield, die Macher. Die machen hier gerade irgendwas zum... Battlefront. Ja eben. Star Wars Battlefront machen, die gerade... 5-5-5-3-Team, also... Da ist es, das sind die Macher ja, von Battlefield. Da hat man ein paar von denen abgelöst, das wie im Battlefront machen, was der... gesuchtet, ey, das war so geil. Bei Battlefront war es ja immer blau gegen rot, dann kannst du mit Laserschwör dann auch so einfach so... so geil. Habt ihr aber... die... die... Battlefield Hardline Beta nicht angespielt, oder? Na, da dachte ihr ja wohl, sie auf Steam erhältlich war, mal für 2 Tage oder... oder diese... Ich wollte sie immer auf Xbox holen, nur ich hatte kein Xbox. Hab ich gelaufen. Hab ich jetzt. Ich wär mir Hardline auf jeden Fall kaufen. Viele sagen einfach, ihr kennt das, dass die Spiele immer das gleiche sind und so, oder? Ja, eben... Ja, eben auch... Vor der Fülle. Die Battlefield aber genau auch. Das ist das Gelb. Jetzt kommt das neue Zoller, kommt Cops gegen... all die Dreibe und so. Jetzt ist aber das Problem, wo alle sagen, Scheiße, das hat ja nichts mehr mit Battlefield zu tun. Ähm... Und das finde ich ein bisschen Scheiße von der Community. Wieso? Wieso muss das jetzt wieder sein? Da haben sie das gemacht, was sie wollten. Dann kommt die... Ja, war auch schon mal. Ich finde das... Hardline finde ich genial. Ich... Keine Ahnung. Natürlich geht das mit Panzer und Dur. So, das fehlt schon ein bisschen. Aber das ist einfach mal ein neues Spiel, wo mir persönlich richtig gut gefällt. Ähm... Ne, ne, das gibt es ja gar nicht ausgemacht, also es gibt schon noch so Transporte... doch das stimmt weil nämlich um im Trailer habe ich ja gesehen dass der Helikopter Autos und Verfolgung ja es gibt so und nicht so schnell es gibt um also ein Helikopter Transport Helikopter mit 2 in jeder Seite es gibt Speerhobschauber das hat also der Kano von selber schießen dann gibt's noch kann schon auch wenn ich bin schon vor uns zu dürfen und die Sonne ne die gibt's nicht mehr aber alle auf jeden Fall gab es halt eben keine Ahnung Franz und so liebte Teile nicht mehr immer es gibt auch SUVs ohne Minigang drauf ist du einfach richtig overpower bist du kannst mit dem Ding wenn du guten Fahrer hast das ist gerade äh letztes Mal bei mir der Fall war den spielst du da und du machst einfach keine Ahnung 20 0 KT hihihi auf einem 64 Slot Server normalerweise nie ging Entschuldigung dass ich jetzt hier ein bisschen Shooter spiele der Channel bring aber das macht mich so was halt um auf die Summe drüber von dann machen wir die vier Prozent zu hier sind auch die Prozent von Europa ein paar Foto zu erreichen vor allem kommt die so ein Käse eingefahren ist glaube ich zu wenig drin zu wenig, wa? stell mich wieder ein bisschen drauf naja, nur dann begrast, wa? gut, dann würde ich sagen, reicht das erstmal haben wir jetzt, ähm... 3 folgen 3 folgen, ne? wie gesagt, da würde ich sagen... ja haben wir ganz schön was geschafft heute wieder und... wir sehen... denk ich mal, bestimmt dann im nächsten Spiel wären es dann vielleicht noch ein, zwei mehr ja, wie gesagt, danke fürs Zusehen, wir sehen uns dann beim nächsten...